Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, heute unterhalten wir uns über eine intelligente Lebensform und zwar Physarium Polycephalum, auch genannt The Blob. Woher kommt das The Blob? Das kommt aus einem Film, der sich mit einem Schleimwesen beschäftigt, ein Science-Fiction-Film. Und dieser Blob, so wie man ihn nennt, hat ganz besondere Eigenschaften. Er ist nämlich intelligent, wie bereits erwähnt. Was kann der Pilz? Er kann sich etwas merken. Er kann zum Beispiel sich merken, wo ist Nahrung. Er kann sich auch merken, wenn er über irgendwas drüber kriecht, was nicht so toll ist, zum Beispiel Salz. Und er kann diese Information an einen anderen Pilz weitergeben, sodass der Pilz weiß, dass da etwas ist, was nicht so gut ist. Das heißt also Kommunikation, aktive Suche nach Nahrung und Intelligenz. Das ist alles das, was dieses Physarium Polycephalum ausmacht. Diese Schleimpilze gibt es überall, die gibt es auch bei uns im Wald. Das heißt also, diese Pilze sind weit verbreitet und sie können etwas, was absolut faszinierend ist, unter anderem der NASA helfen. Wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Absolut interessant, was diese Pilze so zustande bringen. Nun, man hat unter anderem mit diesen Pilzen verschiedene Verkehrswegeführungen optimiert. Das heißt also, man hat Nahrungsmittel, also kleine Tropfen mit Nahrungsflüssigkeit, der Karte nachempfunden. Das heißt also Knotenpunkte in einem Verkehrsnetz und hat dem Pilz dann quasi eine neue Karte zeichnen lassen, denn der Pilz kann eines ganz besonders gut, die kürzeste und optimalste Strecke zu etwas hin. Das kann er perfekt. Und weil er das so gut kann, kann man tatsächlich U-Bahn-Netze optimieren. Es ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so, dieser Pilz kann Dinge, die der Mensch eigentlich nicht so wirklich kann. Er besitzt Fähigkeiten, die absolut faszinierend sind. Wie gesagt, diese Pilze sind weit verbreitet und deswegen auch ein interessantes Forschungsgebiet, welches auch intensiv erforscht wird denn, man will herausfinden, wie kann denn eine einzellige Lebensform? Und ja, das ist ein Einzeller. Das heißt also, eine Zellmembran mit sehr, sehr vielen Kernen, die sich darin befinden, aber im Grunde genommen ist es eine Zelle. Faszinierend. Diese Pilze haben, wie gesagt, ein Mycel. Das heißt also, dieses Schleimmycel, was sich da ausbreitet mit den verschiedenen Bahnen, die sich da miteinander verbinden. Und das dient hauptsächlich der aktiven Suche nach Nahrung, logischerweise. Das heißt also, dieses Mycel breitet sich aus und guckt sich dann mehr oder weniger die Umgebung an. Und wenn der Pilz dann etwas entdeckt hat, was interessant ist, dann werden Kräfte mobilisiert und das Wachstum geht in diese Richtung weiter. Und er merkt sich, wie gesagt, auch den Ort dieser Nahrung. Das heißt also, am nächsten Tag, wenn du das Experiment wieder durchführst, geht er schon davon aus, jetzt gucke ich erst mal, ob da wieder irgendwas ist. Und das ist absolut faszinierend. Denn ganz ehrlich, man weiß nicht, wie das funktioniert. Das heißt also, die Intelligenz, die dort dahinter steckt, funktioniert völlig anders als unsere Intelligenz. Denn wir haben Nervensystem, Gehirn und wir sind nachgewiesen Mehrzeller. Ja, das heißt also, diese Lebensform unterscheidet sich extrem von der unseren, ist aber trotzdem intelligent. Das bringt uns natürlich auf einen sehr interessanten Gedanken. Wenn wir uns überleben im Universum unterhalten, über intelligentes Leben im Universum. Ich meine, das, was der Pilz so kann, das ist Intelligenz. Das ist eindeutig. Da müssen wir nicht drüber reden. Also, der kann Dinge, die wir auch können. Wir bezeichnen uns selber als intelligent, also wird es dann wohl eine intelligente Lebensform sein. Die Informationsübertragung, das ist ja das Entscheidende. Funktioniert das zum Beispiel mit chemischen Botenstoffen innerhalb des Pilzes. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie speichert er das? Also, wie speichert er diese Information und wie kann er sie abrufen? Und das ist etwas absolut Faszinierendes, wo man dann da steht und sagt, ja, wer weiß, was es da draußen im Universum für Lebensformen gibt. Wenn wir jetzt hier mit einem Pilz quasi auf Augenhöhe agieren, dann müssen wir uns dann schon fragen, okay, ist vielleicht die Vorstellung, die wir haben von intelligentem Leben, vielleicht völlig falsch? Das heißt also, uns vorzustellen, dass Lebensformen ebenso humanoid sind wie wir. Das heißt also, genauso aussehen wie wir, das muss tatsächlich nicht sein. Vor allem, wenn man sich diese aus unserer Sicht primitive Lebensform anschaut und dann feststellt, hoppala, das ist keine primitive Lebensform, die ist hochintelligent. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um einen einzelligen Organismus. Und die Informationsverarbeitung ohne Nervensystem in diesem System, das ist das Herausragende bei diesem Pilz. Und auch die Möglichkeit zu lernen. Er kann lernen. Das heißt, er kann Informationen speichern und dementsprechend verarbeiten und diese intelligent nutzen. Und das hat man sich im Übrigen auch bei der NASA zu Nutze gemacht. Man hat nämlich Folgendes gemacht. Man hat gesagt, ja, jetzt pass mal auf, wenn der Pilz tatsächlich das kann, also die optimale Verteilung von Materie kann, um bestimmte Strecken zu überwinden, dann lasst man denen doch einfach mal eine Vorhersage treffen bezüglich der Verteilung der dunklen Materie innerhalb von großskaligen Strukturen im Universum. Man hat ihm also Nahrungsmittel dahin gelegt, wo man Knoten kannte. Und dann hat der Pilz quasi angefangen, sich auszubreiten. Und jetzt sehen wir hier jeweils das linke Bild ist das, was der Schleim produziert hat, der Schleimpilz. Und rechts, also die violette Aufnahme, zeigt dann das, was man dann dort auch wirklich gefunden hat. Und es ist absolut faszinierend, vor allem im mittleren und im rechten Bild, wie genau der Pilz vorhersagt, wo sich Materie im Universum befindet. Das ist unglaublich. Natürlich muss man aufpassen, denn es ist natürlich auch eine Fähigkeit, die der Pilz sowieso schon hat. Das heißt, er nimmt halt einfach die kürzeste, beste Strecke. Und wenn man Gravitation im Universum zum Beispiel miteinander vergleicht, dann ist es auch so, dass Gravitation direkt auf einen Körper wirkt, ist die Verteilung von Materie im Universum wahrscheinlich auch in dieser Art und Weise aufgeteilt. Und der Pilz ahmt das nach. Was man dann gemacht hat, man hat tatsächlich Gaswolken und Materieansammlungen im Universum entdeckt, die man vorher gar nicht kannte, weil man sich die Karte angeschaut hat, die der Pilz gemalt hat. Und dann gesagt hat, jetzt muss man doch mal gucken, ob da tatsächlich was ist. Und tatsächlich war da auch etwas, man hat völlig neue Gaswolken im Universum entdeckt, die man vorher gar nicht kannte. Der Pilz hat jetzt übrigens eine weitere besondere Aufgabe. Der Pilz darf nämlich jetzt zur ISS. Viele werden neidisch sein und werden sagen, warum darf der Pilz zur ISS und ich nicht. Aber ihr müsst aufpassen, der Pilz hat sich ja durch einige vorhergehende Aufgaben bestens dafür prädestiniert und darf jetzt zur ISS fliegen und dort wissenschaftliche Experimente durchführen. Man will nämlich gucken, was der Pilz so treibt unter Null-Gravitation. Das heißt also im freien Fall. Und das wird eine interessante Geschichte, wie sich der Pilz unter fehlender Gravitation entwickelt, wenn er eine dritte Dimension zur Verfügung hat, weil er nicht mehr daran gebunden ist, dass ihn die Gravitation an der Ausbreitung hindert. Das ist also die dreidimensionalen Strukturen, die der Pilz in Schwerelosigkeit abbilden wird. Das wird jetzt ein ganz, ganz interessantes Thema, weil man natürlich auch ein bisschen darauf spekuliert, ob der Pilz auch mit dieser Umgebung zurechtkommt und sich in dieser Umgebung auch wohlfühlt, in Anführungsstrichen. Haut das alles hin. Und dass dann viele Strukturen rauskommen, da bin ich jetzt schon gespannt, was der Pilz im Weltall so alles zustande bringt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ergebnisse dieser Forschung. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.